Ich hab meinen Standard zu Hause verjessen. Ne, wo? Doch. Erstmal mit der Motorplatte. Du! Du, der Ding sieht schon so löscht nicht unten aus. So, wir sind heute mit dem Nigö unterwegs. Was ist für den Staubi jetzt? Egal, die Wässerung dann. Minze? Hat er gesagt? Ne. Das hab ich letzte Woche auch gemacht. Du, wir wissen, wie das aussieht? So ein bisschen, als wäre das aus 2000 oder so 2005. Acht. Acht? Da hat es dir auch mal gepasst, hä? Mhm. Gut. Nico, wo sind wir heute? Die Tautenheim. Tautenheim, was machen wir hier? Einkaufen. 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 Kein. Okay. Da fahren wir Motorrad heute. Ich hab aber übrigens immer nur klare Glas, ne? Vielleicht finden die anderen nicht mehr. Hier. Marvin von OGs macht da mal was. Vorrufe neue Gläser. Vielleicht gibt's aber was für ein Tier, Mann. Doch! Ich kann das kurz fahren. Ja. Das war's getrunken. Och das war's getrunken. Bis zum nächsten Mal. 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 Und da lohnt sich das schon. Bis zum nächsten Mal. Ja. Willst du noch kurz anmoderieren, wenn du jetzt fährst, machst du coole Tricks? Mit angucken. In der Luft angucken und... Ne, ne, wir springen nicht wieder nebeneinander. Ja. Wollen wir Kekse packen? Ja. 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 Niko, willst du noch eine Abroderation machen? Warte, dann muss ich mir noch was überlegen. Sollen wir heute was sehen zusammen? Nee. Pass auf! Au, au, au! Niko! Oh! Gut! Was, ein seltenes Bild? Blitzypix! Junge, die Hobbyfahrer hier wieder die buntesten Autos, ne? Tschüss! Hey! Gute! 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 Gute!